P-Zerstörer Ich finde es auch witzig, wie beide eine Spiegelkraft auf der Hand haben Sehr gut, den Monarchen genommen Und die Spiegelkraft zu spielen hätte auch nicht so viel Sinn entgeben mit dem Gebrüll Ja Wobei das Gebrüll selbst, frage ich mich gerade, wie sinnvoll das gewesen ist Weil das muss er jetzt spielen Und dem Baumforsch wäre die Zerstörung ziemlich Wayne gewesen Mist Warum hat er sich keinen König der wilden Kobolden genommen, um sich einen Kage-Tokage zu holen? Das wäre deutlich sinnvoller gewesen Ja Naja Pandora-Clash sauber Backroad zerschossen und da ist der Getrieberiese X auch schon weg Hatte der nicht irgendwie einen Nebeneffekt, dass er sich ein Maschinenmonster wieder... Achso, Stufe 3 muss das Maschinenmonster sein, stimmt Und da war nichts Ja Und auch das ist eher suboptimal Achso, doch, das gilt trotzdem Ah, okay Und das bringt nichts, mein Freund, weil Möbius normal besprochen wurde Das vergisst jeder Richtig Und jetzt Kaios und... Zabok? Okay Äh... Nein, ich hab's auch nicht verstanden Also ich hätte Kaios genommen Ich auch, weil dann wäre der Sharkritter direkt weg gewesen Und der Shark wäre 2100 Punkte größer geworden Ja, okay Aber gut, man könnte jetzt natürlich sagen Es wäre wurscht gewesen, wenn der Sharkritter mit IMAX diesem Material eh nicht mehr gefährlich werden könnte Aber trotzdem Er hat immer so eine 2100 Angriffspunkte Vor allem, weil jetzt mit Utopia, äh, Zabok weg ist Auch wenn immer noch Utopia Ähm... Hätte der Schlag jetzt nicht sein müssen Ich mein gut Verteidigungsziehen und der Kars ist Bissen, aber... Kaios hätte mehr so gemacht Ergeben Entschuldigung Jetzt ist auf jeden Fall erstmal Utopia ganz sauber wieder weg Allerdings Lichtmonster, weswegen es keinen Schaden gibt Dafür gibt's die 30000 Angriff Und der Begrenze-Entferner bringt da auch nix Genau Ach, da liegt der Begrenze-Entferner Ich hab das schon wieder vergessen Gutes Kurzzeitgedächtnis und so Zumal wir sowieso aber nie drauf achten, was die Leute hier verdeckt setzen Mhm Also, die Bottomless dürfte auf jeden Fall mal deutlich mehr bringen Zumindest beim nächsten Monarchen Ja, und Redox kann jetzt auch nur eine begrenzte Zeit lang stallen Hier geht's sogar, glaub ich Den Begrenze-Entferner gemacht Ja, mh, wo... Ja, doch Hätt schon was gebracht Ja, hätte man machen können Weil ich mein, der wär durch den Begrenze-Entferner ohnehin zerstört worden Das heißt, ob man als 1 gegen 1 tauscht oder nicht, ist auch voll wurscht Was liegt da nochmal verdeckt? Achso, Threatening Richtig Natürlich in dem Zuge, in dem er die Bestechung nicht aktivieren kann Während jetzt ganz gepflegt der Baumflosch aufs Feld hüpfen kann, weil jetzt ja nix mehr verdeckt liegt So, Maestrum und 1.000 Schaden, aber die Bottomless, ja, da kommt sie Aber Maestrum und 1.000 Schaden ist trotzdem Klar Aber immerhin 2.400 Punkte weniger Schaden Und das nächste Threatening Roar Warum hat er das eigentlich jetzt gespielt? Er weiß doch, dass da nix gefährliches kommen kann Der Typ an der verdammten nochmal leere Hand Ja, so ein Begrenze-Entferner Plus Redox Ja, genau Den gibt's ja auch noch Weil Redox ja auch so sehr eine Maschine ist Nein, aber Redox ist immerhin ein Monster auf dem Feld Mit dem man irgendwas machen kann, wenn man was richtiges zieht Ja, okay Oder mach einfach nix Geht auch Stimmt, dafür war's gut Bleibt ja im RT-Triggern Ja Weil er hatte Felddominanz, er war nicht direkt auf die nächste Beschwörung angewiesen Ja Und jetzt ist, äh Das Pizza-Störer relativ finished, meine ich Die Pizza-Störer Nee, halt Der Torrential liegt noch Wo wir es grad davon hatten Ja Und jetzt ist schon wieder ziemlich ausgeglichen Weil Pandora-Klisch hat auch kein Monster mehr Stimmt Naja, hat aber noch einer für einen Ja Was kann er sich damit rufen? Und Ganz ehrlich Ich glaub, ich hätt mir sowohl den Fisch als auch Redox aufgehoben Weil Pete ist hier mit Dem Den ganzen Redox ziemlich verschwenderisch, möcht' ich mal anmerken Du meinst so mit den Erdemonstern, die er im Friedhof hat? Richtig Aber dann hat er noch nicht viele Ich meine sogar Ist jetzt ziemlich leer Na, jetzt nicht mehr Und da kommt Die Festung Yay Und da war die Festung Und da ist sie immer noch Ich soll gleich mal merken, was die Leute hier verdeckt setzen Ja Allerdings Pandora-Clash mit seinem Ähm Eiii Hö Achso, weil's verdeckt war, konnte der Effekt nicht mehr aktiviert werden Okay Ah, und jetzt genau Und jetzt das schwarze Loch Alles weg Ja, aber wenn das jetzt nicht gekommen wäre Und Buch des Mondes den Effekt von der Festung nicht verhindert hätte Hätte er die Festung aktivieren können Und dann den Blitzanschlag weggeworfen Insofern wäre das Buch des Mondes ein bisschen nach hinten losgegangen Mh Äh, hat er da gerade? Hat er Wieso hat er die Festung verbannt? Äh, weil der Blechgoldfisch ein Wassermonster ist Okay Wieso hat er es als nötig erachtet, Redox zu rufen? Weil das würde ihn jetzt umbringen Äh, okay Ach, was geht Was sollte Aha Aha Ah, so ist es der Kill Ja Nicht unbedingt der Zug so wie ich ihn erwartet hätte Aber gut Pandora Clash Sauber abgesägt Aber wenigstens ein vernünftiges Duell Bis gleich So, das sind wir wieder Diesmal fängt Pete an Der sich Einen Schatteneinsperrenden reingesightet hat Das bringt meines Meiner Meinung nach auch nur minimal was Weil er verhindert nur Kajos Und sowohl Riser als auch Zarborg Machen mit dem Schatteneinsperrenden kurzen Prozess Ne, nur Riser als Zarborg geht auf Monster Zumal er seinen Meistrum nicht mehr spielen kann Stimmt Mal gucken, ob er was damit anfangen kann Los geht's Ja, mal Nehmen Meistrums Schutz Funktioniert ja immer noch Ja, aber der andere Effekt nicht Und der ist ja eigentlich das entscheidendste Achso So Kann ich mal fragen, warum? Ja Läuf schon mal Wenn er jetzt auch noch angreifen könnte Wäre das sogar richtig geil Was? Oh, Boris Okay Also mit der Karte hätte ich jetzt nicht gerechnet Ich auch nicht, aber wenn er meint Und Chaosjägerin sind wir gerade bei Pandora Clash Auch zum ersten Mal, möchte ich meinen, oder? Ja Das hat aber Sinn Weil die Karte kann man super siden Und sie verhindert halt den Redox Richtig Weil er ist halt nicht auf Spezialbeschwörungen angewiesen Ja, und ich meine, so langsam sollte Pandora Clash Äh, P-Zerstörer eigentlich wissen Dass Pandora Clash immer nur Fallen hat Hier sofort aktivieren kann Wenn sie in Gefahr geraten, zerstört zu werden So wie Threatening Ja, halt eben wegen Baumfrosch Ja, und Au, das tut weh Jep Das hat reingesammelt Oh, Verbot Möbius Na klar Weil Möbius halt vom Schatten einsperrenden unberührt bleibt Also das war Gut gespielt Fast schon ein bisschen intelligent Richtig Andererseits Reiser und Zabor gibt's halt immer noch Und Erster macht mit der Verbot kurz einen Prozess Der Verbot mit dem Verbot kurz einen Prozess Ja Und BAM Das tut weh Trotzdem sah's für Pandora Clash schon mal besser aus Und da ist auch schon Möbius Den er jetzt nicht spielen kann Ja, aber Reiser an Zabor Für Ersteren entscheidet er sich und Die Festung fliegt weg Macht noch bis zu einem gewissen Grad Sinn Weil die Festung kann jetzt nicht mehr rufen Aber Utopia ist halt auch immer noch da Ja, und Utopia sammelt jetzt mit 2500 Attack rein Gut, im nächsten Zug kommt Zabor und dann ist auch Utopia-Geschichte Ja, aber mit Zabor kann den Verbot nix anhaben Das ist das Problem Ja Deswegen meine ich Frage ich mich, ob's so intelligent war Jetzt Reiser rauszuhauen dafür Stimmt Hätte er den ersten Zabor gespielt, hätte er jetzt noch einen gehabt Und dann Hätt's gepasst Während Ja gut, sowas kann man nicht vorhersehen Trotzdem hätte Reiser das Verbot zumindest so lange aushebeln können Bis er Möbius gespielt hätte Ah, und Pete zieht jetzt nix mehr Wenn er noch ein Monster zieht, dann liegt die Festung und dann geht's weiter im Text Chaos-Hexer Ach stimmt, da haben wir uns ja schon mal drüber Gedanken gemacht, was der damit Äh, vorhat Wo zur Hölle ist das mal das Lichtmonster? Äh, Zaborg? Achso Oh, Exis Wiedergeburt Die bringt sogar bei Utopia was Im Gegensatz zu Ruf der Gejagten Stimmt Und da kommt Ouroboros Okay, dann hat Ouroboros Der gleich wieder passé ist Und jetzt bringt die Festung auch nix mehr, weil jetzt liegt die Spiegelkraft Ja Okay, Pete Du hast grad echt Pech gehabt, muss man sagen Aber ich glaub auch mit Monster, die Spiegelkraft hat's beendet Ja Okay Okay, das ist Game Ja, guck mal, ist als nächstes gekommen Oh Der Antriebsrahmen, der hätte ihn von der Spiegelkraft gerettet Ja Allerdings hätte er den Antriebsrahmen wegschmeißen müssen, um die Festung überhaupt beschwören zu können Nein Achso, mit dem Antriebsrahmen hätte er sich die Festung geholt, hätte er dann zwei Festungen abgeschmissen, dann wäre eine gekommen Richtig, und dann der Antriebsrahmen als Unionsmonster Also ich glaub, damit hat Pete von seinem Deck einen fetten Mittelfinger ins Gesicht bekommen Ja Aber so richtig, mit Anlauf Weil auch wenn's die meiste Zeit ziemlich ausgeglichen war, hat am Ende einfach nix mehr gezogen, weswegen es ein bisschen einseitig wurde Schade für Pete, trotzdem beim Dora-Clash gut gespielt Bis zum nächsten Mal Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal in der Gruppe G Ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020